So und ab die Post. Ach, ich bin ja weiß. Ja, du bist weiß Sascha. Oh, das ist ein wenig verwirrt. Was wollte ich sagen? Sascha, wir könnten das eigentlich immer ohne live zu gehen aufnehmen. Dann wäre ich ziemlich fresh. Ja, ist aber besser. Spielspaß und Spannung, weißt du? Ganz genau. Mein Gott. Ich kann die Feuer halten, ich wünsche mir. Ja, du 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 du. Du 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 du. Für den deutschen Meister. Irgendwie. Danke Sascha, dass du da Platz gewandt hast. Warum müssen wir jetzt noch alles? Hier, mach ich nicht. Tschüss. Hau rein. Zuhaben. Oh. Ich habe hier gerade ein Internetauffahren. Eieieieieieieie. Ja. Ja, ja, Sascha. Ja. Ach, wie immer dieser Provider, der die Schüsse bekommt. Oh, was machen wir jetzt? Machen wir kurz. Nein, machen wir lang. Halb lang. Schau mir doch nichts dafür, dass du AIL-Iss-WLAN hast. 769 habe ich aber vorher wirklich mal 769 ja 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 du bekommst du durchlösen auf 1 kostlos aber ein bisschen lünziger anrufen ach ja blinz jetzt sind alle umkoren dann hättest du ja treffen müssen ach 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 man, immer der jang, immer der jang der jang, der jang, der jang da 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 auch jetzt ach, das war nix die liegt mir nicht so, die Mannschaft gar nicht Tor weiß das weiß ich nicht Das weiß ich nicht. Nix da. Was ist denn da mit? Schießen! Einfach schießen! Ja, hast den Becci gesehen. Wolltest den direkt abschießen. Hallo. Oh, was geht denn? Sauber, die haben Jungen. Ich soll sie mal ein bisschen offensiver stellen. Müsel! Einfach Müsel! Sascha. Mein Gott, jetzt muss er schon wieder zehn Stunden warten, Mann. Ne, 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 ganz schnell die Formation umstellen. Ganz schnell. Der Hund ganz schnell bei FIFA. Ne, 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 ne. Ach, der braucht wieder 100 Jahre. Ich entschuldige mich hier schon mal. Die nachfolgende Sendung wird um zwei Stunden verschoben. Ne, 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 geht weiter. Am besten muss man ja taktisch übernehmen. Bisschen ändern, ja. Da wird jetzt ein Spieler gegen den Platz dann bei dir. Ja, die Zünderkette aufgelöst. Das müsste sein bei einem 4 zu 2. Äh, bei einem 2 zu 0. Ja. Da du zwei Tore geschossen hast, wusste ich noch nicht. Aber es ist okay, Sascha. Kommt noch. Kommt noch. Ich weiß nicht wie, aber es kommt noch. So, jetzt Sascha. Eben nicht. Eben nicht. 3-0. Jetzt sind die ein bisschen verfummelt, Kollege Braunfurst. Ach, Sascha. Ich fülle 2-0, was will ich mehr? Au, der war ein Zauber. Ach. Der hat meinen Controller bis nach, ich weiß nicht, was vibriert. Bis nach mir nicht immer. Oh, das wäre zu schön. Müsl 3er fangt, ey. Ecke. Na, Torben. Wird sie machen können. Weg. Kopfball. Ach, wie das, Junge. Da hat er wohl noch gerettet, ey. Alter, wäre sonst durch gewesen. Ja, ey. Oh, Anschlusstreffer. Anschlusstreffer. Gibt es einfach nicht, Sascha. Ja. Taktische Neuausrichtung. Ja, ja. Da der eine kommt ja rein. Schießen. Einfach schießen. Schalalala. Ja. Oh, oh. Ach. Was macht dein Torwart denn da, Sascha? Ja. Ja. Ich würde einfach mal in die Sportschau kommen. Oh, ja. Na gut. Ja. 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 Ich dachte schon, ne. Ich dachte auch. Du hast schon einen halben Herzinfarkt gekriegt, ne? Ich bin schon ein bisschen da zu mir gedreht, Alter. Ich bin schon da zu mir gedreht, Alter. Ja. Oh, ja. Bei Besitz. Ach. Wie hieß es? Ein Schuss, ein Tor. Ein Schuss. Ein Tor. Ein Tor. Der Fahne. Ei, 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 ei. Ein Schuss, ein Tor, der Fahne. Ich bin schon da. Ich bin schon da. Ich bin schon da. Was hab ich doch nicht? Ich bin schon da. Ich bin schon da. Ey, du zockst gerade und in unmöglichen Situationen juckst einfach. Ne. Okay. Ach Gott! Das war ja fast hier wie gegen Sandhausen, ey. Wo denn? Wolltest du einmal zeigen, dass das am Spiel auch so kann, ne? Ja. Vielleicht wolltest du dann ein paar Gnädig dort standhalten, ne? Oh, der war aber weit drüber. Ein Schuss, ein Tor, der Fahne. Oah! Oh! Das sieht leider nicht aus, ne? Nö, aber jetzt. Nicht ganz. Nein! Ey! Warte. Du, Alter, war doch echt gescheitert. Einfach perfektes Stellungsspiel. Wenn ich nicht da so ausspielen kann. Dritte Tor auch müde, oder was? Tatsächlich. Ne? Schlapp ihn nicht. Ne. War ein toller Jubel, Alter. Danke, liebe Bande. Oh Junge, das hauen wir nicht. Sehr schön, ne? Ja, so Robyn. Gibt Gas. Die hat die Krass. Sie hat die Krass. Sie zieht ihr die Schuhe an mit dem Autorgeschiefs und dann... Ich wechsle auch mal kurz. Oh, Schieber, Schieber. Ja, ich wäre bereit, Sascha. Achso. Der Winsch. Oh. Da hinten. Nein. Nein, war so gewollt. Sag ich doch, war so gewollt. War alles so geplant. Alles so geplant. Ja, ja. Träumer, Alter. Du bist ein Träumer. Ey. Wie haben wir denn da? Alter. Elfmeter. Boah, der war gut. Steht hier nur an 3.2. Ich will nicht erlauben, Alter. Also du hast da jetzt nicht Angriff gepackt, oder was? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Sascha. Du hattest schon ein bisschen Schiss, ne? Ja, natürlich. Irgendwie scheiße bis in den Hals. Glaube ich dir, Sasan. Du hattest ein bisschen Schiss. Merkt man so an deiner Stimme. Ja. Oh, das hat 1 Meter. Da gibt es aber auch los. Gibt keinen Wurs. Doppelbestraft. Doppelbestraft. Die ist ja echt geliebig. Doppelbestraft. Die wird nicht mehr so schaffen. Mal sehen, ob der Goldsinn diesmal macht. Nicht. Ich krieg zu viel Sachen. Hahaha. Nicht. Ich krieg zu viel Sachen. Ich krieg zu viel Sachen. Ich krieg zu viel Sachen. Hahaha. Der ist doch richtig zu Tore für ihn. Da würde ich machen. Ja, bei der Filter kann man den mal schießen lassen. Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Zweimal den Pennern hast du den Golds genommen. In den Elfmetern. Nix. Halb so wild. Halb so wild, Chat. Ach du Scheiße, du aus Götze verletzt, du Penner. Ich krieg zu viel Sachen. Mal befehle, ich krieg zu viel Sachen. Ach du championship. Man muss wieder bis zur letzten Sekunde zittern, Alter, wie immer. Typisch wird Weißerschock. Scheiße. Was war das denn? Nicht mal eine Ecke. Weg damit, Junge. Aber so ein Slapstick, ohne Scheiß, wäre der noch reingegangen, ey. Nein, nein, Sascha. Wir sind hier nicht bei einem Zeigler. Ich würde ihn hätte ich zum Zeigler geschickt, ja. Hätte dann ein paar Tore gehabt, dann ist er richtig. Ich würde ihn weiter. Nein. 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 Ach, shit, der Durst, blau offen. Geht doch. Vielleicht krieg ich nur bei den Anschluss verzeihen. Ach. Na, 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 na. Das ist bei der Zeit ja ein bisschen knapp und die bewegen wir am Arsch eigentlich nach vorne. Oh. Freistoß. Oh, nix. Uh. Jetzt könnte es klingeln. Gar nix macht das jetzt. Kann ich sogar gar nicht fest durchschießen, oder? Komm. Schön, Sascha. Ganz schön. Boah, jetzt wäre ich durch gewesen. Unfair. Dass der jetzt abfallt. Den hätte man nur laufen lassen können, oder? Ach, wat. Oh, ey. Oh, ey.